Herzlich Willkommen zurück bei Rainbow Six mit Vaxx und den Angry Perks. Wir spielen eine Runde Ranked, Vaxx ist Platenspieler geworden. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier die Leute zerreichen. Obwohl, uns ist glaube ich nicht aufgefallen, dass wir gegen drei Spieler spielen. Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Das ist doch eine schöne Runde, fängt da gut an. Alles klar, ich glaube Vaxx wird heute noch rein. Dann können wir das als Warhard nehmen, wenn ich komplett erster Schotter und die Rolle. Also es kann hier keiner nachjoinen. Hier kann keiner nachjoinen. Boah, nice. Es kann keiner nachjoinen, weil es ja kein Mitspieler ist, der vorher verlassen hat in-game. Das heißt niemand kann nachjoinen im Ranked System. Das heißt ich bin jetzt konstant gegen drei Leute. Ja, außer die reconnected Leute. Aber wer denn? Da würde ja ein Name stehen. Von den Typen, die verlassen haben. Mit so einem Connection Failure Ding. Muss ich da irgendwo rausstehen? Ja, da habe ich mich gefunden. Ihr wisst was ich meine, oder? Ja. Ja, ja. Genau, und da ist es halt nicht komplett. Ich glaube nicht, dass die nachjoinen. Dann haben wir einfach alte Fiegel drückt. Genau, oder PC ist abgestürzt und dann in Russland hat kein Strom mehr oder so. Na ja, hoffen wir es einfach mal. Übrigens, Angry Turks, ihr findet unseren Link zum Kanal, den ihr mal abchecken könntet, ja alles in der Videobeschreibung. Bestimmt so abcheckungswert, so abcheckenwert, ne? Oh, alles klar. Die Banner. Ja, da wurde schon mal der erste gerackt. Glass ist draußen. Ja. Die haben Hibana. Hibana ist auch da drauf. Oh, oh, Glass, Glass, aufpassen. Nicht, nicht nach vorne gehen. Die sind alle draußen. Das war. Keine Claps sind kaputt, warte. Ganz ruhig, ganz ruhig hier. Ich hab mal einmal markiert. Schreib mich nicht an, Mann! Die Banner ist auch so, ne? Die Banner ist auch so, ne? Die Banner ist auch so dumm, umzuspringen, Alter. Ich hab mal nochmal markiert. Okay, Mann. Ah, ich hätte fast Glass, aber ich Banner hatte. Okay, jetzt ist er boostet. Aber Glass ist angeschossen, gut angeschossen. Ich gucke auf die Camps. Wo ich, 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 äh, ping sie. Ich gucke auf die gleichen Spots. Einer zählt, einer zielt drauf. Die, das ist glaube ich ein Bait. So, Backs, äh, Back sag ich. Glass bewegt sich. Rein. Da war Hibana, oder wie? Oben war Hibana, unten war, äh, der Glass. Aber beide sind verschwunden. Okay. Also ich sehe sie nicht, dass das so Heu-Ilo-Spieler sind, weil die Camps sind alle noch da. Ja. Warte. Keiner ist sonst was? Egal. Nicht eigentlich. Sie sehe nicht. Okay, ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Sie ist immer noch am Fenster. Ja. Äh, Treppe, Treppe, Backs, Treppe, Treppe. Ja, shit. Alles klar. Schön, Leo. Schön, Leo. Nice. Genug. Oh, boah, sie denn. Von wo? Äh, im Connector. Einmalfach, genau da rechts. Oh, was? Was? Ja, okay. Ich glaub doch, dass sie ganz schön gut sind. Oh mein Gott. Was war das denn, ey? Mal gucken, wie sie geämpft hat. Hm, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie gut sind. Egal, aber das kann man eigentlich auch nicht erleben, eben. Aber wir kriegen das jetzt hin. Klar, klar. Ich bin gut. Das ist gelogen. So, ich nehm wieder Jackal de Hood. Jackal de Hood. Jackal de Hood. Äh, ich nehm Banahi, würd ich sagen. Können sie sich erschneem? Ja, ich nehm Banahi. Oh ja, die geile Sau. Ich Banahi, ah. Alter, Leo, ne? Hör auf. Auf den Bagger zu fahren. Alles klar, hat Kapitao. Ich spielte mich immer jetzt. Ich spielte mich immer jetzt. Ich spielte mich immer jetzt. Bitte. Ja, hab ich gerade eben gemacht. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Hat man zwar nicht zu greifen gehabt, aber... Er macht sie aber leider nicht mit mir, oder? Jo. Spring doch mal. Alles klar, wo sind sie? Lass mal auf der Seite überhauen. Ja, ist so... Ja, das ist unten. Ein bisschen empfindlich. Unten? Ah, okay. Ich hab'm Zollhaus. Nein. Hätte ich mal lieber Montagne genommen. Ja, fast schon. Hätte ich mal lieber Füße genommen. Das ist schon Füße. Aber nicht die Hostage-Füße. Ja, stimmt. Das ist halt immer gut, dass du das gesagt hast. Ja. Nein! Okay. Guck dir nicht. Komm mal hin und rein. Ja. Geisel gesichtet. Scheiß. Ich glaub, er hat mal den Kellen gesehen, oder? Ah, ja. Mist. Das ist ein Mistgeschäft. Ja, aber hier müsst ihr jetzt... Ab jetzt müsst ihr auch aufpassen, dass Spotschiffs und solche. Ja. Dann spiel in den Platin und dann... Pass, ich geh mal von unten lang. Recht waschen wir. Ich mach jetzt von unten diese weg auf. Und dann mach ich sie alle weg. Ich guck erstmal nach Fußspuren wegen Capitao. Äh, Cup-Kern meine ich. Capitao-Kern. Das ist in meinem Team. Capitao-Kern. Hey. Äh, Jock ist genau da vor dir. Kannst du komplett aufmachen? Ja. Kein Magazin mehr! Ey, Philipp, achts mal hier drauf. Huch. Ja. Ah, warte mal. Warte mal. Er ist vor mir dann im Moment. Ah, ja. Ich geh rein. Ich geh rein. Gibt's irgendwas? Oh, Cup-Kern. Hier sind Fischspuren. Nein, wir haben die Spuren nicht. Ah, aber wer sieht's noch? Hä? Achso, dann war da noch mehr. Ah, okay, sehr schön. Ich hab gar nichts gemacht. Ah, sorry. Ich muss sagen, ich hab selbst die Kills gemacht. Ich carriage alle, Alter. Ja, man merkt schon, dass man nur D3 spielt. Okay. Ah, ist schon ein bisschen... ein bisschen anderes Spielfeeling. Ja. Ja. Gegen Kreize spielen, meinst du? Ja. Ah. Ey, der hat mir Ruhe geklaut. Sorry. Die geilste Ruhe. Nein, nimm da ruhig. Kein Problem. Nein, ich nehm das Mühe. Oh, okay, dann nicht mal. Ja, okay. Du Smok. Hashtag, Hashtag tut er wie nicht mit Jauh. Ah, ich nehm. So. Was ist denn? Keine Ahnung. Ach, Philipp. Wie ist schon wüßer. Lass. Du kriegst mich schon verdient. Nö, du kotzt. Was, Alter. Bitte. Wie die... Oh, warum Stuck? Okay, das war wegen der Wester. Kommt schön die, äh, Peachy-Armor. Ha, ha. Ka-ching! Ha, Ka-ching! Pippi! Das ist kein Pippi. So wie, Paul... Störsender bereit. Psch! Psch! Da. Ja. So, gehen wir mal jetzt runter. Ich glaub ich werd Spawn peaken. Setz mal hier bitte ne Mute hin. Jo. So. Fünf Sekunden. Sehr gut. Komm, wir Spawn peaken gegen Kiel. So, das war's jetzt auch. Die Position der Geisel ist sicher. Wie viele roam? Wann ist gegen? Alle? Zwei, drei, perfekt. Alle. Alle. Ah, Mann. Ich muss einfach mehr Rainbow wieder spielen. Ich bin aus dem ganzen Aim wieder raus, irgendwie. Wäre ne Möglichkeit. Kann man machen. Muss man aber nicht. Die sind alle hier gespawnt. Ich hab ganz schön den Drang zugreifen. Die sind alle hier. Wo ich markiert hab. Warte. Jetzt hab ich alle markiert. Okay. Ich hab alle markiert. Nochmal alle markiert. Und die haben keinen gefunden. Aber da sind sie. In der Richtung. Oh, da ist mit hier. Alles klar. Ich hab sie gehört. Sie kommen gerade das Dach hoch. Sie kommen gerade das Dach hoch. Älter. Also die Wand hoch meine ich. Da oben ist einer. Könnte jemand sein. Ja. Kann ich den mit dem Nitro-Handy töten, Mert? Äh, ja. Nein, kannst du nicht. Nicht über diesen Boden. Kann man den Aufruf zu schabeln. Ah, über den hier, oder? Ja. Ich glaub schon. Oh ja, der ist komplett auf dem Dach. Oh ja, ist da. Oh, Alter. Erst mal schrutt mit dem Motor. Ah, ist da. Wack mich doch mal lang. Das war sick. Warum ist Leo so laut bei mir? Ich check's einfach. Ich weiß auch nicht. Brenn mich aus. Digga, ey. Übersteuert extrem. Ich bin drei Meter von meinem Mikro von weg. Aber ich war jeder in den Tastenkopf. Wie knapp, oder? Jetzt nicht mehr. Muss ich halt mit links der Höhe stehen. Ich glaub, wenn man zwei Meter drücken soll. Ja, ähm. Am Fenster. Boah, Alter, Philipp. Da kam einer hinter dir. Ohne Witz. Ey, das war ziemlich geil knapp. Bei Bex ist auch jemand. Oh. Ja. Oh, oh. Ja. Ich war damit wahrscheinlich jetzt von links von der Tür kommen, würde ich jetzt schützen. Ja. Und rechts ist einer von der Treppe, was soll ich denn machen? Einer ist da drauf. Sehr schön. Wo ist einer? Da, wo du grad hinguckst, glaub ich, oder? Selzig? Ja, 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 ne, ne, ne. Er hat grad ne Kämmer ausgepackt. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. So, das soll ich leiser sein. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr schön, Bex. Der andere ist, äh, am Fenster. Ich war ein, das noch am Fenster. Ja. Ich suche nach Feinden. Ja, okay, Mann. Ich will nicht eingeladen werden. Was ist denn los bei diesem Jungen? Einer ist bei Geisel. Einer ist bei Geisel. Einer ist bei Geisel. Wie will man ihn töten, ohne auf die Geisel zu schießen? Oh ja, komm, ey. Wir sollten vielleicht nicht gegen drei Personen fahren. Äh, ja, wäre eine Möglichkeit. Ja, dann müsste ich überhaupt besser spielen, ne? Richtig ranzige Taktik hinter der Geisel zu verstecken. Okay, 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 okay. Okay, ganz ruhig. Geile Panik bekommen. Geile Panik bekommen, sehr schön. Einer hat Blitz genommen, das ist gut. Ich nehme nicht Shibana. Bex, ich hoffe, der ist nicht der Hinterkarl weggelegt. Du kannst Blitz nehmen oder Blitz? Nein, nein, alles gut. Sehr schön. Äh, dann nehme ich... Oder sag ich lieber Glass nehmen? Nehme ich, ich nehme... Ich nehme Glass, okay. Okay. Dann stelle ich mich hier hin und hoffe, dass einer Swarm peaken will. Dann habe ich mit Glass eigentlich einen Vorteil. Ich sage eigentlich nicht, wenn ich meine Aim-Geister verlassen. Die Aim-Geister? Achso, so wie immer. Ja. Ja. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Ach Leo, tu mal ihr Tritt und ist ja als wärst du auf dem ersten Platz. Hehehe. 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 Und ja, mit 2 und 2 auf dem ersten Platz zu sein, dafür sollten uns alle schämen. Ja, okay, wir spielen gegen den Gegner. Umso weniger Kills können verteilt werden zwischen den Kindern. Macht Sinn, ne? Woher sitzt sie nicht? Ich glaube, das ist ein Zollhaus. Unten! Bex, sind sie Zollhaus? Ja. Wieso heißt das Zollhaus? Ja. Wieso heißt das Zollhaus? Wieso heißt das Zollhaus? Wieso heißt das Zollhaus? Wieso heißt das Zollhaus? Oh, für Coast Guard heißt es auf Englisch. Gut zu wissen. Geht ihm aber auch nicht zu. Hört auch für meine Camp zu markieren. Der hat markiert für meine Camp. Ah, alles klar. Ich nicht, ich habe meine eigene Camp. Leo, der Fertsack, Alter. Er hat direkt seinen Komplex erstört, Alter. Ja, das muss ich wirklich nicht schaffen, Alter. Wer nicht, wenn ich das spüre, wirklich heute Abend. Den sind aus Protest. Ich kann da aufmachen, wenn du willst. Mach auf. Ist offen. Ich muss nach... Ne, ich muss eigentlich nicht nachladen, ich lass das. Ich mach mal das Fenster daneben auf. Eins, zwei, drei. Erst kannst du hier rumkommen. Ich kann mir, ich kann mir blitzen, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Kapi. Los, Jungs! Blackane, ich smoke da rein und dann... Ich vor. Oder so. Ich hab hier wirklich zwei Sekunden in die Fresse geguckt, bevor ich ihn gesehen habe. WTF? Was macht ihr mit der Waffe? Sieht ihr das? Er hat die Macht benutzt. Ich bin dein Operator. Ey, lass nicht wieder da hingehen, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Oh, lass mal Castle und Mute nehmen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas gegen Castle oder Mute nehmen. Er spricht, gegen Castle. Komm, Schworder. Ja, das heißt, wir müssen noch ein Schild mitnehmen. Wollen wir nicht, wollen wir nicht... Boat Supply gehen? Boat Supply? Ja, das ist gut. Ja, weil da können wir halt Castle und Mute sehr gut einsetzen. Dann können die nicht durch. Ich geh jetzt davon aus, dass sie einfach nur sowas haben wie IQ. Nein. Ja, wieder Glass. Aber mit Glass kriegen sie auch zu decken. Ash? Ja, die haben bestimmt Glass, stimmt. Wenn die Glass haben, das ist kacke. Ja. Ja, Glass und Edge machen wir halt auch. Das stimmt. Wenn die Glass eigentlich wird das OP. Ich würd hier jetzt so gern... Ja, ja. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Hier mal reinfallen. Mach ich. Mach ich. Alter. So. Hier muss noch alles zugemacht werden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Noch ein Enforcement. Rein, Reinforcement. Ja, ihr macht dort zu. Äh, ich würd dann hier gerne den auch zu machen. Ja, wollt hier. Ja, wollt hier. Wollt hier noch vielleicht. Obwohl, ihr kehrt ja von der anderen Seite rein. Hier noch ein Mute. Das ist sehr gut, glaub ich, Leo. Hier ist noch eine Drohne. Das ist ganz kurz. Hier ist wichtig. Wohin? Wohin bist du eine Drohne, man? Äh, keine. Hier. Hier, hier, hier. Irgendwo hier. Ja, klar. Irgendwo dahin. Genau. So muss uns. Kannst du kurz auf die Camps gucken, Berkan? Damit du, damit wir wissen, gegen wen wir stehen. Willst du im Raum bleiben? Irgendwo hier? Nein, ich mach's. Ich mach's. Ich hab noch, ich hab noch Kessel. Ja, mach nicht, mach nicht mir Kessel zu. Ist sehr dumm. Sicher? Wir sollten einen Spot haben, wo, ähm... Rein kann, okay. Dann lass mich mal... Ja, auf dem Vergleich. Ja. Kann, hat... Wer hat den Schild hier platziert? Ich war das, glaub ich. Ich war eigentlich schon um die Ecke wieder. Da ist es... Kann ich das wegnehmen? Ja, ja. Dann mach ich dann Kessel zu. Da haben sie irgendwie noch irgendwie... Komm, 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 komm. Dann mach ich das wegnehmen, komm. Ich hab noch nie wieder. Ich hab noch nie wieder. Ja, aber sonst bin ich wieder. Ich bin auch eher für Leptiker, Alter. Ich weiß nicht, ich bin immer schlimmer. Ich hab scheiße gespielt. Ich muss ja im Tunnel. So, jetzt haben wir so'n Tunnel gem... So'n, ja. So'n Wurmloch quasi. Sehr schön. Jo. Da, 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 da. Ja. Oh Gott, Alter... Ja, ich soll mich nicht in die Hand legen. Nein. Dann weckern zurück. Komm, 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 komm. Was ist hier los? Hör mir das aus, dann bitte. Hör mir das aus. Geh mal rüber. Ne, geh rüber. Okay, warte. Okay, okay, okay. Was ist hier los? Komm. Das ist der Thomas. Okay. Oh, wo war er? Äh... Oben. Ein Stock drüber. Okay, sie haben Hibana. Da seilt sich einer. Ja. Schon ziemlich kräs. Bex, pass auf. Ja, pass auf, gegen Luke. Bitte. Ja, ich hör das. Er ist auf die Toilette. Ja, ich hör das. Ja, sie auf jeden Fall oben lang rennen. Wenn du da lang kommst, dann ist die ganze hinten wieder raus. Irgendjemand hat gerade pass aufgemacht. Uh, das kam wahrscheinlich von oben. Pass auf. Ja, hier ist auf jeden Fall Luke auf. Ist der hier offen? Bei mir? Ne, ne, ne. Irgendeiner ist unten. Irgendeiner ist hier irgendwo. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber irgendeiner ist dort. Durch die Tür. Ich weiß nicht. Oh, Glas. Oh, Hibana. Alter, das war... Was für ein Bait war das denn? Wir machen schon irgendwas. Ja. Komm, halt Hibana-Glas. Oh, ich bin deine Dusche. Ihr seht mich nicht. Wir müssen die Gäste. Oh. Die schaffen es nicht. Die schaffen es nicht. Die schaffen es nicht. Die haben die Gäste. Wir haben die Gäste. Oh lauter. Da der Cast und alles. so weiter jetzt ist es nicht da wenn sie durchgerannt aber er ist auf der Bettel eingesperrt du bist natürlich jemand anderes ähm ich nehm wieder Glass kannst du gerne machen ich nehm Fios hab ich gehört ja weißt du hast du vorher lustig mach über Tachanka und dann brücheln fick dich Leo ich bin Tachanka und dann brücheln aber ich hab nie appreciated echt zu seinem Wort wenn ich gut ich hab's appreciated aber es tut so weh dass ich nur ein Tier hab was soll ich denn sagen das selbe meine Stats sind auch nicht besser aus wahrscheinlich genauso ja aber es liegt dann einfach ein Luther King der es nicht machen soll ja dann liegt dann ein Luther King ist mein ganzer Aims verloren gegangen ja mein Kopf hat nur noch Lupen ich seh was ich brauch Lupen das Spiel ist eigentlich perfekt für mich weil ich klau mal den Lupen von jedem Pop mit ja wenn du das Spiel hast du Kack-Kanons und und oh ja oh oh kurze Zeit hast du das befriedigt so hoffe dass die da nicht irgendwo sind nein keiner ok Berkern gehen wir hier direkt rein oder bist du nach oben ok da wurde wieder niemanden warte wächst lass mich vorgehen wieder niemanden Kapkern hat auf jeden Fall eine Falle montiert da könnte aber eine Falle sein von ihm aufpassen ja da könnte aber eine Falle sein von ihm aufpassen komm mal hoch dann mach ich die Fenster da auf Berkern warte ich spreng hier auf geh mal kurz beiseite lups achso ne warte mal die können ja auch von links da rein schulen ja das Problem ist wenn ich da vorne hier lups ja falls einer von hinten kommen will da wo ist sie da kapkern ist das ob siehst du da sind sie auch schon da ja hab's gesehen ist weit nach hinten gelaufen ah ich hab gesehen genau da ist einer vorsichtig dort in der Nähe ist einer dort irgendwo in der Nähe ist einer der war wieder da von erst bei mir erst bei mir erst bei mir nübsch kannst du doch für dich auf so liegt runter in den Raum gucken kann in den Raum gucken kann aber kapkernes da kattkernes da kattkernes da kattkernes da bitt hostage lol lol wer hat denn die hostage gekillt Ouhuuhu Passiert Aber ich wollte es ja eindeutig, bis wir auf sich stellen Digga, wer ist bitte so ehrenlos und kämmt sich unter die Hostage? Wie ist das möglich unter die Hostage zu sein? Na, der hat sich da in die Ecke hinter die Hostage geschlichen, richtig ehrenlos Wo umgehen wir? Da kommt doch von der anderen Picke Ja, da ist steht dann nehm ich wieder Cast Ja, dann nehme ich wieder Tatsanka. Dann war ich wieder müde. Ich nehme mal Dog. Ja, dann müssen wir aber auch den Spot wählen, ne? Ja. Papp, Papp. Who let the dog out? Englitz, Englitz, Englitz. 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 Ja, wir haben es schon so im Livestream so gesagt, in echt ist das keine Musik, die mit der Kontrolle ist, sondern es ist eine unterschwellige Botschaft, und man kann auch nicht abonnieren. Da sagt jemand die ganze Zeit, Englitz, und ich kann nicht abonnieren. Das wäre dann irgendwie wie... Goooooo... Äh... Bitte schießen Sie mich dann schon. Kann mir jemand sagen, wo die Flutenblitzen da reinkommen? Ja, voll nicht weg. Was ist auch von hier? Komme, ich komme, ich komme. Warte, Berkner, ich mache jetzt ein Mute hin, damit hier nichts passiert. Elf, hier brauchen wir auch noch ein Mute. Ganz wichtig, denn vielleicht kommen die so ein Mute, wenn ich hier so auskomme. Ah, hier wurde auch nicht gemutet. Ja, da bitte auch noch bei Bex. Jetzt muss der Mute sich unbedingt beeilen, weil sonst mach ich hier gleich zu. Komm einfach von der anderen Seite wieder rein, okay? Mach ich schon mal zu. Wenn jemand hier braucht, muss er schreien, ne? Ja. Ja. Ah. Ah. Was geht, mein süßer? Hä, ich bin... Mein Job ist der Lady. Geh mal weg. Geh mal weg. Ah, ha, 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 ha! Ey. Ey. Ey, Berlin. Kannst du nur ganz kurz gucken, ob einer oben ist? Bringe C4 an. Wie genau soll ich das machen? Also Dings? Zoll Office? Über uns ist keiner derzeitig. Keiner über den. Wenn du so meinst. Oder überhaupt über uns. Naja, ich hoffe ich bin einigermaßen safe damit, ich repositioniere mich mal. Wer kann, äh, ich nehme mich mal kurz hinter dich, damit ich auf die Camps kommen kann. Okay, die sind oben. Da ist einer. Könnten hier gleich durch die Luke kommen. Oh, da ist eine Luke. Okay, hier ist jemand, der will sprengen. Den habe ich, den habe ich. Wenn wir natürlich vor mich runter. Naja, ich bin hier in der Ecke. Sehr schön. Da ist noch einer? LOL. Das ist einfach offen, wusste ich nicht. Jackal ist minus, er hat ungefähr drehen, 20 bis 30. Ich kann leider nicht beschreiben, wo der war. Ah, Mist, willst du mich verarschen? Das war Jackal. Was ist das denn? Ein Android-Handy. Keine PP. Keine PP. Verlebt, bitte. Jackal, ich lauf nicht ein, ja. So, ich kann ja mal die Campen blumen. Ohlwolle. Gott. Da ist er, da ist er, da ist er. Treppe. Komm schon. Also, das ist, ähm, Gläs gewesen. Verkan, du hast es dort. Boah, Alter. Assoziar, Verkan, Assoziar. Der verstehe ich mit meinen Namen. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall nicht sichtbar sein. Meine Füße sind in der Camp. Letzt muss Gläs sein. Jaja, ganz ruhig. Ich glaube, er kommt. Und, ja, er ist. Oha. 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 Gott. Sehr schön. Gott. Dieser Zengelchucks noch mal. Dieser Zengelchucks noch mal. Der hat Berklaff in den Zengelchucks noch mal gekämmt, Alter. Ist da noch nicht vorbei, ne? Ja, aber die Wutte war halt nicht. Ist jetzt matchbar. Okay. Okay, okay. Ich kann machen mit Gläs, Alter. Soll ich Montagne nehmen? Ah, ich will Jakar spielen. Ne, Montagne. Obwohl, ich hab immer... Geh einfach voran. Ich nur so. Dann kann ich euch vielleicht so ungefähr spotten, wo die im Raum sind. Ich fuck die jetzt ab. Das find ich gut. Die hatten... Ach, egal. Uhhh. Digga, der geht 3 zu 4 einfach, ne? Das ist eigentlich so eine Schande, dass wir jetzt an dieser Stelle hier sind. Ja, ne? Eigentlich schon. Gig 3. Ja, okay. Wenn man bedenkt, dass die eigentlich High-Level-Leveler sein sollten, oder so? Ja, das ist das für ein Fall. Was ist das für ein Platin-Spieler wegen Bags? Ja. Ja, wir müssen. Ich glaub, das ist Gold. Das sollten eigentlich zu Gold. Ja, ich glaub, dass Platin-Spieler auch schneller die Camps finden. Ja, die können alle Camps super hätten. Genau. Ja, genau. Der ist in KvK. Gut. Alles klar. Kann jemand vielleicht noch den... Ja, ja. Ja, mach ich. Ich ihn mal sehe. Obwohl mein Vlog-Camp krieg. Ich hab ihn doch sehr... Ich hab ihn doch sehr... Ich hab ihn doch sehr... Dicker, was ist das? Soll ich nochmal solch'n küssen? Alter, Bags, der Ninja Warrior. Naja, aber... Oh nein, jetzt wird die zerstört, scheiß'n. Egal, eine Camp ist auch noch da. Philipp, ich komm mit dir dann. Und mit dir, Diego, ja. Müssen wir sagen, wo ich vorrennen soll. Dann geh ich auch gerne nach vor. Wo ist die Camp? Das ist kaputt, oder? Ganz, gerade aufs Foddy. Da irgendwo ist noch ne Camp. Nein. Hast du Flashbangs? Ne? Äh... Ich hab Flashbangs. Ne, ich hab Breaching Charge. Ich hab Flashbangs. Warte, Philipp. Kannst du dich vielleicht hier reinwerfen? Wenn ich das auch... Joff ich. Ja, mach mal. Koby! 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 Ich hab eine rein. Ne, da war ein Jägerding drin. Ich hab's gehört. Noch einer. Alright, wir machen's. Same Taktik. Wo ist'n da? Mann. Juts haben die richtig geplatziert, einfach. ACHTUNG EXPLOSION! Gehen wir langsam weiter! Hm? Na, bei mir bleiben! Hallo, soll ich noch... Soll ich noch... Soll ich noch das Ding aufmachen? Ähm... Vorsicht! 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 Da ist einer! Lass mich vorgehen, Junge! Lass mich vorgehen! Lass mich vorgehen! Lass mich vorgehen! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, natürlich! Ja, mich hat er auch so geholt! Ja! Ey, ist doch scheiße! Bois! Geht gut! Ich hab zwei dreiviertel Kills gemacht! Wo geh'n du? Ich muss mich kurz sammeln! Lass die Badehose ein! Lass die Badehose ein? Ein Gurtenglas Wasser oder wie? Lass sie rein! Lass sie rein! Lass sie rein! Lass sie aufhören! Ist das überhaupt ne Karte von irgendeinem Netherlands German? Okay! Kann sein, ja! So wüsst du! Hey, warum haben wir das für kein Glück? Ja! Ich versuch' jetzt noch einmal gut zu fort zu finden, soweit ich die ersten Schuss... Soweit der erste Schuss nicht sitzt, verpfiff' jetzt überhaupt wieder! Einen muss ich da wegholen, ne? Neue Übertragung läuft! Ja, Q abzulenken! A4S ist platziert und einsatzbereit! Boah, das ist echt schon geil! Ey, lass uns nicht reden! Ey, lass uns nicht reden! Alter, ich werd' jetzt so einmal... Einmal werd' ich jetzt versuchen, zu spawnpigen und wenn das nicht funktioniert, werd' ich so... ...wenn' ich mich so... Wenn der erste Schuss ist, dann ist das nicht... Wenn der erste Schuss ist, dann ist das nicht... Doch, der... ich hab' jemanden gehittet, hab' aber nicht ganz getroffen, ich verpiss' mich! Die sind auf jeden Fall... Die sind dort gespawnt! Ich komm' ich komm' ich komm' Deine Aussage widerspricht sich mir! Ja, du hast einen gehittet, aber nicht getroffen! Äh, nicht... nicht Headshot, mein' ich, ja... Aber ist Hits, oder was? Ja, ja, Hits... Äh, für Kriechen hast du das... Er hat den Reben verloren! Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Ich bin schon ziemlich klein geraten, Jungs, glöck weg vom Fenster, glöck weg von dem Fenster Warum bist du so leise, Berkan? Weil die Gegner uns nicht an Weil es 23.37 ist Riss, riss, riss Und Schlecht über mein Zimmer, Schlafzimmer von meinem Vermieter sind, deswegen Das ist als YouTuber ganz schlecht Mein Puls sagt mir gar nichts bei uns Gott, Leo, lebst du noch? Ich meine, Philipp Ah, okay Okay Ey, die lassen sich Zeit Digga Das bringt dir nichts, sich Zeit zu lassen Woll ich's schaffen, oder? Gegen zwei Wieso sieht das aus, wenn der Robi connecten kann Digga In dieses Spiel ich cool, sonst fände ich das peinlich Ne Bags Ne Mert Okay, ich spiel echt nicht so schlecht Mert spielt schlecht Ich bin in der Mitte Sag du dich kacke Ich bin über Leo Ja, immerhin, ne? Ja, ich hab ihn gesehen Wo war das? Äh, ist sicher Hier Alter, diese Drecksdrohne hier ständig, Mann Wo? Rüber uns Mitro Andy Ich spreche Der ist vernetzt Der ist vernetzt Indien, hast du verarschen Hä? Hat jemand noch was? Willst du mich verarschen? Was war das? Ja, Philipp Hol ihn, hol ihn Ach so Geiler Radio Ja, sehr schön Ich glaub diese Runde ist kaum erwähnenswert Aber danke, dass du auf jeden Fall zugeschaut hast, ja? Haha Also mir hat es nicht so Spaß Ich hatte Angst, dass wir verlieren, um ganz ehrlich zu sagen Auf jeden Fall Hab gesehen von dem Spaßfaktor Ja, also ich muss sagen, äh, es war eigentlich eine sehr peinliche Runde Aber wir haben es immerhin gerissen Oh ja Easy Boys Ich glaub doch, wie man es gerissen Wie man es jetzt formuliert Ja Oh Gott Naja dann, ähm Genau, danke fürs Zuschauen Ich hab ganze elf Punkte gewonnen Ich glaub ihr schaut wieder bald rein Schaut auch mal bei den Angry Tracks Also bei uns vorbei, ja Ganz genau Aber meistens bei mir Ciao 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 Hallo Uhhh